Hallo und herzlich willkommen bei Deine Freie Glotze. Hier haben wir den Ole noch dabei. Noch nicht spoilern. Heute ist ja bald Weihnachten 2015 und wir haben einen Teilenbaum. Ja, wir sehen gleich den kompletten Baum und den wollen wir heute schmücken. Wir haben da drüben noch eine andere Kamera stehen, vor dem kann man auch einen Zeitraffer sehen, wie wir den Baum schmücken. Heute haben wir ganz viele tolle Sachen, wie das hier oder das hier oder das da. Hangen wir mal an. Ist aber ganz schön beschwert. Ob der da einpasst? Ich glaube, da muss da irgendwie... Das ist ein guter Knopf. Ja, nee, nicht hier oben. Das ist kein Knopf. Hier haben wir jetzt so eine Sicherung. Müssen wir dann, glaube ich, irgendwie... Hier rein. Oh Gott! Der Nase ist voll. Au! 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 Und dann fangen wir an zu schmücken. Und dann, äh... Und dann, äh... Steigen wir nochmal kurz ein, wenn irgendwas Spannendes passiert. Ja, was machen wir jetzt zuerst? Äh... Erst Lichterkette oder erst... Also wir haben immer zuerst, äh... Kugeln dran gemacht. Wir haben immer zuerst Lichterkette dran gemacht. Mhm. Das kleine Hinweis, unsere Hände sind jetzt volle Glitzer. Glitzer! Das liegt daran, weil wir auch noch die ganzen Kugeln zusammenknoten müssen. Nee. Schwer dich scharf. Scharf, 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 scharf. Da. Der Akku ist fast leer. Zu gut, Tim. Der Akku ist fast leer. Ja. Jetzt wird's auf mein T-Shirt. Dann hast du dir ja immer Rumpaumeln beim Spür. Ja. Ja. Jetzt knucke ich endlich zu. Aha. Ja. Geschafft. Wir sind beide noch handwerklich begabt. So, natürlich haben wir auch noch diese kleinen Kugeln. Ach. Ah! Kletter mit der Kette. Geht die überhaupt nicht weg? So, das erste rechte Lichterkette mit Schiefer. Ich glaube, wir müssen das innen mal nochmal upgraden. Ja, da fehlen irgendwie noch so ein paar Ländchen. Also, Lametta. So, und das richtige ist... Oh, das stinkt. Und damit das richtig geil schön aussieht beim Baum, ist jedes einzelne Lametta-Blättchen einzeln auf den Ast zu bieten. Das ist so recht schnell im Fernseher. Das hast du dir vorher gesagt. Tadaa! Tadaa! Und jetzt müssen wir nur noch die Spitze drauf machen. Oh, 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 oh! Und wir wollten so eine Lichterkette irgendwann um das Achievement erhöhen, mehr Licht und das Achievement mehr Kugeln und so. Und ja, aber das war's für heute und mal sehen, ob wir noch wahrscheinlich, so wie ich mich kenne, werden wir vor Weihnachten kein Video mehr schaffen. Aber ich wünsche euch dann schon mal frohe Weihnachten und besser ist ein guter Rutsch. Wer weiß, wann ich das nächste Mal im Video mache. Und ja, tschüss. Bis dann, tschüss. Tschüss. Tschüss.